Moin, liebe Crash Bandicoot Fans, es geht weiter mit Deathsback Crash Bandicoot. So, wir haben jetzt Bowler Dash gemacht und jetzt geht's weiter mit Sunset Whistar. Ja, wir haben jetzt ziemlich viel schon geschafft, aber machen wir erstmal weiter mit dem Level Sunset Whistar. Der Level war ziemlich schwer, das weiß ich noch. Hier habe ich fast in jedem Durchlauf immer etwas gehangen, weil dieser Level doch immer eine große Herausforderung teilweise ist. Erstens, dieser Level ist sehr lang und ihr habt eben gesehen, ich bin aber schon mit beinahe Fujikato im Feuer gesang. Mega heftig. So. Oha. Gutes Timing ist in dem Level, glaube ich, alles. Und wenn ihr ein Leveler zukriegt und wir haben immer noch unter 99 Leben. Oh, oh, hab ich's durch. Ja, da sieht man wieder sehr konzentriert. Ähm, ja. Man sollte, ich sollte vielleicht doch noch etwas konzentrierter sein. So, weg. Das war knapp. Leben bringt uns gar nichts. Jetzt die Klopper hier. Zack. Und jetzt auf den. Hier rauf. Hier rauf. Hier rauf. Hier rauf. Bis hier hin. Zack. Zack. Noch mal weiter. So. Hier müsste jetzt in diesem Gang noch eine Maske sein. Jawohl. Wunderbar. Ja. Und weiter geht's. Ich knacken wir uns hier durch. Durch hier. Oh, ein Feuer. Lülülülülülül. Also so geht's ja nicht, ne? Feuer. Okay, müssen wir doch ein bisschen mehr Timing haben. Noch mehr Bliebmetzel. Das Feuer muss jetzt aber mal schneller löschen. So. Och, das war knapp. So. Die Züpfen war am besten. Wir lassen gleich mal hier rüber. So geht's am besten. Jetzt ist mal warten, bis diese zwei Kloppers da weg sind. Dann schieben wir uns ins Meer. Oder Wasser vielmehr. So. Jetzt hier hoch. Manche Dinger fahren rein, wie man sieht. Manche Bretter. Ziemlich merkwürdig. Wie hier zum Beispiel. Ah, naja. Es geht. Hier ist ein Feuerding. Hier muss man auch vorsichtig sein. Wenn wir gut Timing planen. Hier ist wieder ein Bonusrundenkopf. Und das Level ist auch was Besonderes. Hier gibt's nämlich drei Arten von Bonusrunden. Welche drei, wenn wir noch sehen. Die Neo Bonusrunden gibt's hier. Und auch die Tauner Bonusrunden. Aber es gibt noch eine. Welche zeig ich euch. Die können wir auch wieder nur einmal machen. Und danach nie mehr. Ja. Okay. Wenn wir sie schaffen. Dann nie mehr. Und. Ja. Weil dort gibt's einen speziellen Gegenstand zu holen. Und wir haben ja schon gesehen. Auf der Karte gab's eine Kreuzung. Da war ja noch ein Level. Da konnten wir nicht lang. Tja. Und in diesem Gegenstand können wir es aber. So. Zuerst ist der. Ja genau. Das ist der Key. Ihr habt ja im Menü schon gesehen. Da gab es zwei Keys zu holen. Ja. Und einen gibt's hier. Und zwar in dieser neuen. Art von Bonusrunden. Wem wir diese Bonusrunden widmen. Sehen wir auch noch. Aber erstmal müssen wir auf dieses. Plattform. Ding kommen. Ach. Eigentlich. So. Weiter gibt's. Und. Zack. Jetzt. Oh. Ach du Kacke. Das war noch mal knapp. Einer werden wir nach ganz unten gesegelt. Aber krass. So. Nichts. Schnell. Oh. Wartet mal. So. Wir müssen. Doch ganz schnell. Hier. Ja. So. Da oben ist ein Auslöser. Da müssen wir erstmal. So. Genau. Den Trottel benutzen. Um die Kiste auszulösen. Dann können wir uns hier die Kisten krallen. Und die nächste Bonusrunde finden wir. Corteg. Ja. Wir finden sie wirklich Cortegs. Denn der. Hat den Schlüssel für uns zu den Geheimleveln. Und den müssen wir uns in der Bonusrunde krallen. Jetzt müssen wir erstmal warten. Bis wir hier rüber können. Jetzt müssen wir hier warten bis wir rüber können. Okay. Gutes Timing. Okay. Die Maske bringt uns ja nicht sehr viel. Jetzt kommen die Vögel. Timing ist ja nicht mehr alles. So. Jetzt müssen wir. Oh Gott. Über vier Dinger. Also können wir schon mal Anlauf nehmen. Zack. Zack. Okay. Okay. Jetzt geschafft. Eiii. Zack. Wir haben es nicht geschafft. Will. Naja. Müssen wir es ein anderes Mal nochmal für den Edelstein probieren. So. Den Edelstein können wir schon mal nicht mehr holen. Oh. Ja. Wumpa Früchte sind unnützlich. Wir haben eh 99 Leben. Und hoch. Das war knapp. Ähm. Einer wird mir voll abgesegelt. Aber ja. Wir konnten uns noch retten. So. Jetzt aber schnell hier rüber. Zack. Zack. Rüber. Und hier rüber. Maske her. Leben her. Checkpoint. Bonusrunner. Ja. Ähm. Weiter geht's. Mauern. Wir müssen warten, dass die Mauern weg sind. So. Hier rüber. Kisten holen. Eine ist hier noch. So. Ding. Und zack. Und. Hier. Da ist noch eine Kiste. Die hat man eben grad. Nur schlecht durch so'n Schlitz gesehen. Hier muss man lang, wo das Leben ist. Das war hier. Das ist die Bonusrunge. Zu. Neo. Cortex. Und hier gibt's jetzt diesen Schlüssel. Und den. Keilen wir uns jetzt. Dazu müssen wir erstmal. Hier über diese. Kisten. Springen. Hier rüber. So. Der hat den. Schlüssel für uns. Da ist er. Ja. Und jetzt haben wir ihn. Cortex ist auf seinem. Helikopterjet. Verschwunden. In den Tiefen des Schlosses. Aber. Wir haben den Key. Key Save. 43%. Jo. Speichern wir ihn gleich mal. Und durch diesen Key. Ist ein weiteres Level geöffnet. Welches? Das sehen wir gleich. So. So. Hoppala. So. Klettermax. 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 So. Bonusrunde. Zeit für die Bonusrunde. Ja. So. Oha. Hier sind viele Kisten. Oh man. Oha. Die sind ja alle mit der Runde. Aber. Wie eine Zinschnur. Gehen die hintereinander los. 47%. Meine Fresse. Haben wir viel. So. Gleich nochmal saven. Normaler Savepoint ist das jetzt. Ist da immer nur. Der Schlüssel. Der gespeichert wurde. Jetzt. Haben wir. Allgemein. Gespeichert. Und weiter geht's. In Sunset Whistar. So. Klettermax hier hoch. Kaxel. Kaxel. Oh. Ja. So sieht's aus wenn man da mit ins Brent. Und das ist auch noch. Zweimal. Hammer krass. So. Jetzt hier hoch. Und hier hoch. Ja. Die Dinger gehen ziemlich in den anderen über. Nein nicht. Da wird ziemlich leicht hier hoch zu klettern. So. Und hier hoch. einfach. So. Zack. Dann haben wir auch schon. Oben angelangt. Hier sitzt noch so ein. Schwonki. Ne. Da ist er Schwonk. So. Zu Schwonk. Und. hier sind die Kisten. hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. so durch. so durch. so durch. weil. Ich würde doch schon gern. diese Kiste haben. Und. Ja. Es ist einfach. Pflicht. Die zu holen. Wenn man. die Ehesteine haben wird. Und. Ehesteine. können süchtig werden. Ja. Ich. Ich. Ne. Spaß. Und. So. Sprung. Ich. Ich. Wer hängt denn nicht die ganze Zeit vor. Weiß was ich. Vorm Fernsehen. Und. So stellt sich. Teure edelsteine. Die. Aber. nur was Plastik sind. Und. Ach. Scheiß auf. Nicht das Thema. Das ist jetzt. Hehehe. So, weiße Tanten. Ich weiß immer gerade nicht, wohin ich laufen soll. Bis jetzt war es immer richtig. So, rechts. Da springen die, glaube ich, einmal rüber. So, Kisten, Slalom. Oh. So. Oh. Hallo? Was war das denn? Die sind einfach so an dem Ding da verreckt. Nee, nee, nee. Wir fangen doch mal ganz von vorne an. Also, warum sind wir denn an diesem Ferkelding da da gerade verreckt? Ich meine, und tot. Das war ziemlich uneinleuchtend. Ich meine, wir sind doch schon unterwegs gekommen. Ach so, Müll. Man kann aber auch nicht irgendwie schneller reiten oder so. Also, man könnte eben den Wildschwein nicht irgendwie die Sprung geben. Das geht ja gar nicht. Ja, wenn sie einfach doch nur auf dem Schwellen fährt. Äh, auf dem Wildschweinfest. Der Crash. Hm, hm. Ich meine, der kann nicht mal ganz sagen. Wildschwein, hau rein oder so. Tja. Aber naja. Die Level gehen eigentlich ziemlich schnell. Nicht so so wie Sun Sim Vista. So, das mache ich dann wirklich nochmal aufgaben. Und, ja. Schon wieder eine Kiste verfehlt. Aber, hm. Die Steuerung scheint mir in diesem Level wirklich noch zu schwammig zu sein. Also, wir können die Dinge nur ganz schlecht erreichen, diese Kisten. Naja. Machen wir jetzt das nochmal. Macht ja eigentlich auch recht Laune. Die Musik. Oh, Mann. Die PS einspielen der Musik unvergleichbar. Oh, sorry. Von so viel gelaber kriegt man irgendwann einen Schluck auf. Und ich hab schon die alles verkackt. Die Schweine ist verreckt. Oh, Mann. Ich glaub, bis jetzt lief's ja noch ganz gut. Aber jetzt kommt glaube ich der Augenblick. Da setzt der Vorformoment ein. Loading Map. Also, nochmal. Rollhawk. Rollhawk. So. Plus Wildschwein schreibt er wieder mit äh, ja. Na, wie ein Wildschwein auch immer äh, laufen soll. Naja. Da wird sich auf jeden Fall ein wie so ein richtiges Wildschwein. Die Frage nicht, ob Naughty Dog Extrasen Soundeffekte von dem Wildschwein aufgenommen hat. Und das wär ja göttlich. Weil man läuft das ein Wildschwein die schon Entwicklerstudio alle gucken mal an. Wie geht's mal als Mikrofon rein, liebes Milchschwein. He. Muss man sich immer vorstellen. Alter, ohne Witz. Die Liedwurde äh, Soundeffekte aufgenommen haben. So, diesmal schafften wir es. Ja, wir sind hinterher durchgekommen. Und diesmal nicht verreckt. Und, ja. Derließlich schafft. Dödödödödödödödödödödödödödödödödödü. Übrigens, wenn das Spiel auch spielen will, es ist im PSN Store auf der PS3 oder PS Vita für, ich glaub, fünf Euro. Die Euro ist es jeden Cent wert. Finde ich. Ich hab's zum Beispiel auf dem Handy. Da gibt's auch genug Emulatoren, die das Spiel zum Laufen bringen. Ich mein, das Spiel braucht nichts an Leistung. Ich mein, eine PS1, die hat so viel Rechenleistung wie was weiß ich, ein Taschenrechner von Totolotto oder so. So. Bulda Dash. Ach ja, weiter geht's. Jetzt kommt Koala. Jo. Das ist wieder ein Gegner. Und hier kommen auch die ganzen Wagen her. Da rollen sie, wie wir bei dem Mito's Bio-Bonus rundherum haben. Ja. Epic Battle Music. Und der Typ an sich ist schon epic genug. Also, der wirft hier wie so, was weiß ich, Arnold Schwarzenegger mit Kohlebatzen nach uns. Wir können da auch leider nicht gerade so rüber springen. Das geht nicht. Dann fällt mir die Lava. Dann schon oft genug probiert. So, und jetzt nimm das. Dem, der, 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 der. So, da kommt da wieder mit deinem Kugeln. Oh, du griffst mich nie. Oh, Wandlauf. Oha. Da war noch einer. Hui. Oha. Jetzt schleppt er die wieder. Oh. Wo kommt die her? Oha. Da sind zwei Wagen. Und, oh no. Wir können sie wieder. Dem, 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 dem. Oha, Mann. Schon wieder tot. Boah. Ich will jetzt nicht verrecken hier. Boah. Alter, ich sehe es noch. Komm, ich verreck hier. Oha. Heilige Kacke. So. Den kriegt er noch gleich mal wieder. Ey. Scheiße. Da war so ein scheiß Minenwagen. Tja. Ui. Oho. Du griffst mich doch nicht. Boah. Schon wie diese kacken Kisten. So. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Wo läuft der denn hin, ey? Nein. Oh nein. Wir haben es eigentlich schon geschafft. Nur wir sind voll in die Lava gefallen. Tja. Da sieht man mal, wie er die eigene Ungeschicklichkeit heißt. Tja. Der Vorführeffekt, ne? Der setzt es langsam ein. So, aber Herr Koala Kong ist damit zu beschäftigt. Also, suchen wir mal eine Musik nach. Daraufgh. Das tut er. Alter Mann. Alter Mann. Boah, sorry, jetzt setzt es aber 13, ey. Mann. Ja, 13 ist meine Lieblingszahl. Da war ich da immer so viel... Hammerkrass. Die TNT hat uns wohl das Leben genommen. Tja, ich glaub, ich sag nie wieder 13. Äh, ich hab nichts gesagt. Äh, tja. Boah, Herr Kugelheim. Eigentlich schaff ich den Gegner mal beim ersten Versuch. Jetzt hänge ich hier schon 5 Minuten dran oder so. Komm her, du Plattfisch. Komm weg. Döp, 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 döp. Wenn ihr mal genau hinguckt, seht ihr wirklich, dass ihr ein plattes Gesicht habt. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr es sich so nach hinten beugt, um den Stein zu werfen, seht ihr wirklich, der Typ hat ein flaches Gesicht. Zum Beispiel jetzt auch. Döp, döp, döp. Also 3D auf der Playstation 1 steckte bei Crash Bandicoot noch in den Kinderschuhen. Ganz klar. So. Diese TNT-Kissen. Zum Glück gibt's hier nicht wie in den anderen Parts schon die Nitroglycerin-Kissen. Die sind wirklich eiskalt. So. So. Verreckt, endlich. Oh, einer wie in die Lava. Ich muss aufpassen. Döp, döp. Döp, 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 döp. Ach, Herr Koala-Kong. Oha. Döp, 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 döp. So. Schluck das. Und tot. Jeha. So. Weiter geht's. Jetzt kommt der nächste Level. Und zwar auf der nächsten Insel. Und zwar der letzten. Ja. Es gibt nur drei Inseln. Jetzt kommt Heavy Machinery. Jo. Der Level ist auch gar nicht so einfach. Aber wir schaffen das schon. Also. Was geht's? Döp, 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 döp. Ich komme jetzt noch rüber. So. Hau ab. Tschüss. Döp, 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 döp. Oh. Die Rohre. Ja. Die Bühnen in der heißen Welt sind ja besser nicht berühren. Ähm. Ich glaube, da passiert das Gleiche wie bei den TNT-Kissen. Die Blauen, die sind ja irgendwie kalt gefroren. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Stegstoff. Ich weiß nicht. Ich war ja mal Praktikum, ne. Physiklaborant. Also da waren Leitungen, die blau waren. Immer für, glaube ich, Druckluft. Ich weiß es nicht. Dann gab's noch Gelb für Erdgas. Und Rot war, glaube ich, immer. Was weiß ich. Keine Ahnung. Wasser. Ich weiß es nicht mehr. Ach, Vakuum gab's noch. Aber die war's auch nicht weiß. Ich weiß es aber nicht. Hm. Na egal. Du, 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 du. Du, 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 du. So eine Kamera hätte ich auch gern. So eine Kamera und so ein Hubschrauber oder so. Ich glaube, hm. Ich weiß nicht. Aber kennt jemand von euch die GoPro-Kameras? Ha. So ein Ding müssten wir mal in so ein ferngestellten RC-Hubschrauber machen. Das wäre doch mal hammergeil. Also ohne Witz. Vielleicht mach ich das irgendwann mal. So eine Hubschrauber eigentlich schon. So. Oh, mein Nadel ist verstopft. Oh ja. Da sieht man wieder mein perfektes Timing. Oh Gott. Ja, es beweist sich wirklich. Hammergeil. Jetzt haben wir keine Masken mehr. Aber der Checkpoint. So. Bonus Round. Und ja. Los geht's. Hüpfel. Och nee. Das ist dieses Kack-Level. Das dauert ehendet lange, bis man das geschafft hat. Also wenn man jetzt alle Kisten auch abweifen will. Hoch. Ich hab grad gedacht, er ist nach 10 Sprungen. Kannst du wirklich schon 10? So, Zeit. Jetzt wieder unten. Hoch. Ach, eigentlich hab ich auch genug geleben. Weißt du was? Ich glaub. Kistenlässig Kisten sein. So. Die kann ich mal. Die kann ich wirklich mal. so ein 50 prozent der freund 8 16 und weiter geht's kontinu zwischen noch diesen ranzigen wenn wir schaffen herrlichen die gegründete so ohne hier abzufackeln ich fühle mich total ungeschüttlich grad als wenn ich gleich verrecken würde so der ist tot mit schneller rüber ich brauche eine Maske, ich fühle mich so unsicher ja hammergeil so ist es doch gleich viel besser hammergeil weiß ich auch noch es geht nicht ab, alter ah, eine Maske mann, geil, ja, so, mag ich's weg dum 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 okay, Apfel alles geht nacheinander also hinterher hast du ding dong wieder rauf und Äpfel Äpfel und nächstes Tablett wow knapp und eine Bonusrunde die Rio Bonusrunde ja und die hier ist glaube ich sauschwer ja, das war sie ich erkenne es schon hier muss man über die Kisten die brauchen wir eigentlich nicht ich höre mal kurz aufzureden ich höre mal kurz aufzureden volle Konzentration und ja hammergeil wir haben es geschafft die Bonusrunde ist eigentlich mega sauschwer und wir haben es wirklich geschafft hammergeil so heavy machinery so die Bonusrunden sind eigentlich völlig unwichtig eigentlich die geben ja nur Leben und wir haben 99 die zählen nicht zum Spielfortschritt völlig uninteressant so, jetzt geht's ja hoch sprung, sprung und jetzt wird zack zack jetzt wird oh, ein Leben oh Gott, wir brauchen kein Leben mehr so zack bam 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 zack und hoch jo und speichern jo hammergeil das gibt wieder einen schönen Edelstein perfekt der 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 und jo jetzt haben wir schon 52% das ist wirklich nicht schlecht und das sind 1, 2, 3 Parts alter nicht schlecht ich will jetzt nicht wetten dass wir für das gesamte Let's Play 6 Parts brauchen denn dann funktioniert das bestimmt erst ganz bestimmt nicht weil ich werde mich jetzt nämlich verabschieden und würde dann sagen bis zum nächsten Teil wenn ich den Level hier Sunset Vista nochmal durchgespielt habe dann zeige ich euch dass ich hier den Edelstein habe und ja bis dann werde ich sagen wenn es euch gefallen hat abonnieren kommentieren ja ist alles gern gesehen ja ich würde mich dann verabschieden bis zum nächsten Teil schaltet ihr ein wenn es ihr wisst letztlich Crash werden gut ja euer Schokobomber bis dann wie Oscort klaucto bis dann bis dann bei bis dann